Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Let's Battle Minecraft Ähm, diesmal in meinem Team Pascal, beziehungsweise K4 in 8 Hallo und ich starte jetzt die Aufnahme, weil ich nicht wusste wann, aber egal Kein Problem Hallo Leute und herzlich willkommen zum Let's Battle Minecraft Ein bisschen Verspätung bei Toivo, aber ist ja Wayne Ähm, ja Ja, wir haben jetzt hier, ähm, direkt Nacht, wie's ausschaut Ah, lass uns so am Rand bauen Ja, direkt so am Rand der Sphäre oder so Warte, warte, warte Aber pass auf, dass du nicht stirbst Toivo Ja, wo lang? Hier rein, hier rein Wir haben nichts, wir brauchen erstmal Holz Ich geh nochmal hoch Wir sind im Dschungel und sind Holz am suchen Ja, ich geh nochmal kurz hier Holz abfarmen Irgendwie sind hier voll viele Blätter, aber gar kein Holz Doch, da ist Holz Holz Ich hab dreimal auf Holz geklopft Ja, warte, bauen wir uns hier rein Nein, warte Ja, warte, ich mach doch, was denn? Hier, kannst du mich OP machen, hier Spawn Protection noch Weiß gar nicht, was er hat, ich renne da gar nicht Ja, das macht, das macht, ja Der kann nicht einsehen, dass der Lex hat Lex denn bei dir? Nö Dann liegt es wohl wirklich an mir Weil mein Minecraft momentan eh rumspackt Ähm, ich mach uns ne Workbench Bauen wir uns hier rein? Ja, ich hab uns schon mal ne Workbench gemacht Warte, komm mal her, wo bist du? Hast du dich da rein? Ja, das ist doch geil Aber wir brauchen, wir brauchen Essen Mal gehen wir ins Wasser, da unten Okay Vorsicht, dass du keinen Schaden kriegst Nur wir setzen uns, aber Warte, ich baue noch ein bisschen Holz ab Keine Fackeln, keine Fackeln Unauffällig Okay Das war ein Skelett, ne Okay, ich hätte hier Kohle, aber da kommen wir nicht dran Wo bist denn du? Ich bin schon rum Ach, da vorne, da vorne, okay, super Oh, da hinten ist ein Zombie, da hinten ist ein Skelett Skelett, da hab ich jetzt keine Lust drauf Ich mach mir mal ein Schwert Jo Die auch? Ja, mach mal bitte Ich zwar jetzt nur Holz, aber Höchstens Schwert und Spitzhacke brauchen wir Oh fuck, ich werd getroffen Von wem? Vom Skelett Aua, Aua, Hilfe, Hilfe Alec Es liegt da bei mir und nicht an dir Okay, ich warte, Schwert, Schwert, bitteschön Ich mach uns schnell eine Spitzhacke Ähm, ja, mach du das, meinetwegen Oder willst du machen? Ich mach schon Ne, ich hab doch jetzt Achso, ja, dann Dann, äh, bei uns irgendwo rein Bei uns irgendwo rein Oh fuck Äh, super, jetzt muss ich mit nem Knochen schlagen, weil ich grad kein Schwert hab Weg, immer weg, immer weg, immer weg Du hast mich geschlagen eben Die können ja Eisensachen droppen Ja Und wenn man Schwert hat, hat das glaube ich höhere Chance Okay Na gut, komm, lass uns mal jetzt hier schnell irgendwas suchen Äh, wo wir uns reingraben können Hier vielleicht so Hier so? Wie wär's denn hier in der Erde? Bauen wir einfach schnell wieder mit Erde zu danach Ja, genau Hier rein Ne, 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 lass das mal Hier so ein geheim Oh, vorsichtig Hier so ein geheimen Eingang So, einfach hier rein Und jetzt machen wir direkt hinter uns wieder zu Komm Geh rein Ja Dann sieht man doch nix mehr Ist doch egal Wir machen uns schnell fackeln gleich Das ist nicht das Problem Und es tut mir leid, dass ich das Standard Minecraft Texture Pack hab Bau dich nicht so weit rein Bau dich eher nach unten oder rechts oder sowas Weil wir, sonst kommst du wieder aus dem Berg raus Ich baue ich mal hier Hast du Kohle oder sowas? Nein Ich hab aber genug Stein gleich Ich brauch noch ein paar Steine Dann können wir uns nen Ofen machen Ich seh hier nix Warte, warte, ich mach sofort, warte Äh, gibst du mir mal irgendwas, äh, holzmäßiges Holzmäßiges, ja so holzmäßiges Da liegt was auf dem Stein Ich brauch aber, ne, ich brauch Rohholz Ja Wir, warum Rohholz? Ich hab kein Rohholz Ja, sonst kann ich keine Holzkohle herstellen Ich hab aber kein Rohholz Ja, das ist blöd, da muss jetzt nochmal Rohholz farmen gehen Pass auf, das Oh, da ist ein Creeper Es ist noch Frieden Naja, aber Zombies kennen keinen Frieden Ah ja, ähm, immer Crouchen, ne? Ja, das wird's aber zu blöd Nicht in der Friedenszeit Ich meinte, wenn die Friedenszeit vorüber ist Ja, ja, das weiß ich Oh fuck Egal, noch hab ich volles Essen Ich frag mich grad, ob wir hier überhaupt Essen verlieren So, ich geh Uns mal Eisensachen machen Ah, okay, wieso hab ich eigentlich gefragt? Natürlich verliert man Essen Ey, was du, was machst du uns? Ähm, ich meinte Steinsachen Achso, ich dachte schon Ah nein, ich meinte Diamantrüstung Was? Alter, verwirr mich nicht Alter, du glaubst, du kauf Wie soll ich denn jetzt ohne Eisen an Diamant kommen? Keine Ahnung, ja Ja, aber Achso, klar, ich könnte dich eigentlich mal wieder DOP'n Nein, okay, bist du an meinem Team Das würde mir helfen, wenn du jetzt irgendwas machst Ja, aber egal, ich mach ja nix Nein, hab ich auch nicht behauptet Ich sag, egal Rein hypothetisch gesehen Ich bin Holzfarm Hier oben Siehst du mich? Ja Okay Bin gleich fertig Ich hab jetzt schon mal 5 Rohholz gleich Ich hab sogar kein Optifine mehr drin Tut mir wirklich leid, dass ich Standard benutzen muss Hast du neu runtergeladen eben? Ich hab den kompletten, kompletten Punkt Minecraft-Ord nochmal gelöscht Ja, aber ich hab momentan auch ein neues Projekt angefangen Ah echt, welches? Let's Play of Levion Okay Also Vorgänger von Skyrim Ne, den kenn ich Vorsicht, dass ein Zombie bei dir Wo? Da ist einer geläftet Hat er geläftet, der immer? Äh, weiß ich nicht Ich hab eben gerade voll Schock bekommen, als da was gelbes eingeblendet wurde Ich dachte, du wärst gestorben oder sowas Hat man zwei Schocken? Ja, nur eine, ne? Ja Da ist ein Creeper Äh, aber nicht bei mir, oder? Bei mir Da im Wasser Okay Pass einfach auf, dass er dich nicht trifft Wie lange brauchst du noch? Äh, bin, ich komm jetzt auch zurück Bin jetzt auf dem Rückweg Da ist Kohle! Ja, kannst du die abbauen? Ich hab doch Steinsachen Ah ja, dann Kann man doch schon mit Holzsachen abbauen Naja, aber, ja stimmt auch wieder Ah ja, der ist wieder da, super Die anderen haben bestimmt schon Eisensachen Ja, dann haben bestimmt schon, ja Die anderen haben bestimmt schon, ja, mit Eisen haben sie bestimmt schon zwischen Diamant gefunden Äh, es war so blöd Es war beim letzten Battle irgendwie, ich hab Ähm, warte, äh, du musst Erde Hast du Erde irgendwo? Ne, warte, ich hol Erde Ich hab sieben Erde Okay Ich hab jetzt auch drei Ich baue nämlich hinter uns wieder zu Bisschen Unauffällig So, ich hab acht Fackeln Ach, du hast schon Fackeln? Super Ja, ich hatte nur zwei Kohle machen können Ah, warte, warte, komm mal, komm mal Oder nein, warte, ich mach's so Ich hab dir da Steinsachen hingelegt Okay Wo du, ach ja, super, super, super Dankeschön Ähm, können wir mit dem einen Knochen was anfangen? Falls man Wolf bin und der direkt beim ersten Ähm, wie viel Holzkohle soll ich uns machen? Mach viel, wir brauchen viel, fucken, mal gucken, wie schnell es dunkel wird Okay Ähm, dann mach ich jetzt nochmal ein paar Sticks Boah, ich find hier wirklich nichts Sag mal, weißt du, wie lang das Battle schon geht? Nein Dann würde ich mal sagen, noch fünf Minuten Frieden Ja Also bis 27 Ich weiß nicht, ob's stimmt, aber ich hoff's mal Ja, bei meiner Uhr Bei meiner PC-Uhr, ich hab ja kein Vollbild, sondern nur Oben rechts auf Vollbildfenster geklickt Steht 19.22 Uhr gerade Ja, dann 27 Hallo, wir finden nix, was soll das? Komm schon Den müssen wir jetzt noch kriegen Yo, gut Ich schau mal kurz F3, auch wenn man den Seed sieht, tut mir leid Was meinst du? Ich hab grad mal kurz F3 gedrückt Nee, was meinst du denn, wenn man den Seed sieht? Ja, man sieht ja, wenn man F3 drückt, glaub ich, den Seed, der Map Ja, ist doch egal, oder? Ja Aber du weißt ja hier, wenn die Glasfähre kommt Oh, wir brauchen Essen Ich hab jetzt Oh, hier ist viel Kohle Ja, super, dass ich uns jetzt gerade unser ganzes Holz zu Kohle verarbeitet hab Ja, ich kann ja nicht wissen, dass ich auf einmal kohle Okay, ich geh hoch und suche, äh, suche, äh, essen Tiere So, ich das ganze Kohle benutze für Fackeln Hm, ja, ich hab jetzt schon 30, also ich würd sagen, nein Ja, aber du, ja, ich benutze aber trotzdem, was mach ich mit viel Fackeln ab Na klar Tu das, ähm, du musst mir dann gegebenenfalls gleich sagen Oh, Mist, das ist noch ein Creeper Ja, ich brauch jetzt, ich brauch jetzt aber Essen Ich hab schon dreieinhalb Essen verloren Ja, ich hab hier keins, ich kann denen nicht helfen Ne, ne, ich sag ja nur, ich brauch jetzt Essen Hier ist die Glasfähre und hier wäre ein Dungeon Ne, da wäre Eisen, Mann Dann musst du dich in die andere Richtung graben, sorry Hinter der Glasfähre ist Eisen, ach, komm Kannst du das nicht mal? Ne Sorry Muss ja keiner wissen, ne Nein, aber Spaß Dungeon, aber ein, what the hell Ich glaub, du kommst jetzt mal mit runter Ja, aber ich brauch erst mal Essen, oder? Ja, aber hier ist Lava, hier ist Big, Mann Und Essen können wir gleich noch suchen Also ich hab schon viereinhalb verloren, und du? Ich hab drei verloren Ja, siehste Ja, aber das ist es wert Also ich soll auf jeden Fall runterkommen Ja Ne, sorry, aber das ist es zu 20 Millionen Prozent wert Ja, gut, dann komm ich jetzt zu dir Warte, ich geh nochmal ganz kurz hier außenrum und schau, ob hier irgendwas ist Wenn hier keine Tiere sind, komm ich Ich seh hier aber auch keine Tiere Wo bist du? Scha- Komm schnell, komm schnell Ja, bin ja schon da, Moment Bist du schon bei uns? Ne, noch nicht Also ja, ich bin direkt daneben Ich muss nur noch den Eingang Da bist du ja Hast du Sticks oder Holz oder Sticks? Ja, Sticks Acht Stück Bitteschön Da, den musst du nehmen Kannst du mal mit Erde zubauen, bitte hinter uns Ähm Oh, jetzt hab ich schon fünfeinhalb Essen verloren Das ist blöd Komm, wir schaffen das Wie letztes Mal Denk einfach, wie letztes Mal Wow Ja, super, aber das ist doch hier alles zu Hast du irgendwas zum Bauen? Wie, da ist alles zu? Ja, mit Glas Hallo, guck mal da Weiter geradeaus, da geht's weiter Auch direkt hinter dem Glasblock Ach, das ist doch assi Ja, sag ich ja Ah Moment, den Block können wir noch kaputt machen Vielleicht ist da noch was hinter? Nein Den Block können wir noch kaputt machen Warte, Vorsicht Warte mal Geh mal, geh mal da Genau, geh mal da runter Warte mal Ich baue uns hier mal runter So Weiter geht Wir können ja auf der Glassphäre laufen Aber Vorsicht, da unten ist ein Zombie Komm mal her Mach das mal lieber weiter unten Also so tief wie möglich So, ne Da, warte, warte, warte Zack Okay, Vorsicht, dass das Skelett dich nicht angreift, ne Ich seh da unten Na, super Lapis Lazuli und Eisen Wo ist Eisen? Da hinten Aber warte Lass uns erstmal hier vorbeilaufen Und das Skelett angreifen Hä, wo ist das Skelett hin? Komm, komm zu mir schnell Wenn du mir sagst Oh Mist, da unten ist das Skelett Okay, lassen wir das mal Hier ist Eisen Ja, sag ich doch Das meinte ich doch Genau, ne Doch, genau das meinte ich Oh Ich wurde getroffen Das Skelett hat mich getroffen Wir können zwei Schwerter machen Das ist hier unten Ich regeneriere kein Leben mehr Das Skelett hat mich schon wieder getroffen Was ist das? Sag da Wie kann das jetzt hier hoch? Keine Ahnung Warte, warte Ich geh das versuchen Es ist jetzt bisschen dunkel hier Aber ich mach gleich Fackeln hin Moment Das Skelett ist tot Gut Ich hab als fünf Eisen Zwei Schwerter haben wir Hier ist Kohle Gold Ja, wacht mal, komm mal kurz Oh, ich kann noch ein Crofting-Table machen Wir können hier unten bleiben Okay Und hier unten kannst kaum niemand finden, würde ich sagen Weißt, was ich noch gefunden habe? Eine Menge Eisen Hast du das mitgenommen? Naja, warte Mist, nur zwei Stück Ja, da haben wir sieben Eisen Da können wir uns sogar noch eine Eisenspitzhacke machen Also ich hab hier Gold Wenn du mal herkommen willst Da hinten ist ein Creeper Aber der kann uns hier nichts tun Ich brauche auch erstmal Eisenspitzhacke Deswegen Monster Spawner Wo, wo? Komm her, komm her, komm her Ist das Zombie Spawner, oder? Ich hab keine Ahnung Ne, Spinnen Nein, fuck Ich bin tot fast Alter Nicht cool Hast du eine Fackel hin? Gut Bucket Bread Sattel Sattel Gunpowder CD Du, ist, du, ist, du Was denn? Das Brett Brett, Brett Brett, wie viel hast du denn noch? Ich hab nur noch vier, aber Du hast doch auch ein Brot Nein Da war noch zwei Brote, oder nicht? Nein, da war nur eins Schatz, mit dem Satt, das war ein Sattel Hier ist Eisen, alt ist hier Eisen, alt ist hier Eisen Wo, wo, wo? Komm hier, komm doch her, einfach, du bist einfach wieder zurückgegangen, du hättest einfach nur weiterlaufen müssen Da hinten liegt doch das Eisen von uns Ja Da hat so eine Art Base von uns gebaut Ja, ja, aber du